Alle aufgepasst, ich komme! Tierischer Spaß bei Peppa Pig. Seid dabei, wenn Peppa die Welt entdeckt. Erdbeeren! Dabei gibt es viel zu sehen. Zu lernen. Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Und zu lachen. Und mit dem kleinen Schorsch im Schlepptau wird es auch nie langweilig. Bei den Wutzen ist Spaß garantiert. Peppa Pig. Tierisch lustig. Im TV und in der Torgolino-App. Smiths täuscht Superstars. Wenn ich ein Spielzeug wäre.